Dominik Thiem liegt flach und die Zeit drängt. Coach Günther Bresnik will bis Freitag eine Entscheidung über einen Antritt in Flushing Meadows. Schulterprobleme in Kitzbühel, seit Toronto eine Grippe mit Fieber. Die letzten Wochen waren für Dominik Thiem zum Vergessen. In Toronto quälte er sich gegen Stefanos Zizipas trotz Halsschmerzen und Fieber noch auf dem Platz. Ohne Erfolg in Cincinnati gab er kurz vor Beginn W.O. Wie es weitergeht, wo doch in anderthalb Wochen das vierte Grand Slam-Turnier in New York ansteht. Geht es nach Günther Bresnik, soll bis Ende der Woche eine Entscheidung fallen. Er muss sich bis Freitag entscheiden, ob er in New York spielen kann, weil sonst ist alles aus, sagte Thiem's Coach gegenüber der Kronenzeitung. Thiem selbst hingegen sprach davon, in zwei bis drei Tagen wieder fit zu sein. Auf der Kippe steht natürlich auch das Top-10-Ranking-Teams zum Jahresende, nach den eher bescheidenen Ergebnissen der letzten Wochen. Das gute Team hatte zwar 2017 bei den US Open das Achtelfinale erreicht, danach aber nur noch drei Matches bis zum Jahresende gewonnen. Werbung, Werbung